servus leute hier ist wieder euer sauerkraut 700 und heute gibt es wieder ein neues need for speed payback video und zwar gibt es wieder mal den barracuda zum abholen und ja da steht diesmal in den kennenz aus einem parkplatz wo der rx 7 normalerweise steht hier bei dieser tankstelle da könnt ihr teleportieren und ja dann steht das auto gleich da die klasse hat sich auch geändert und ja schauen wir aber die herausfinden kann ich glaube fast dass er trifft ist ja es ist er trifft ich glaube es trifft auto wenn nicht wobei es wird sowieso in den kommentaren lesen also einfach mal reinschauen aber ich glaube es ist trifft bild diesmal gut da bild video kennt sich gerne anschauen habe ich 1 gedreht bereit und wenn euch das video gefallen hat lasst einen like da abonniert zu unseren channel dass keine neuen videos mehr von uns verpasst und dann sehen wir uns das nächste mal wieder tschüss